und natürlich dann eben auch wieder ein bisschen geld aber die dinge sind trotzdem alle noch bei so wo ist denn jetzt hier das viel gewesen die raube genommen da kommt auch wieder einer panzerhandschuhe das kann man zum beispiel bekommen wenn das so weitergeht dann kommen wir da wirklich bald da ein gegner holen ja haben wir schon wieder 200 gold stücker kreis mal dankeschön und wieder zu einer rote raube auch kommen da kriegt man für die leichten gegner ja ein bisschen mehr geld als für diese schweren gegner so aber aufladen müssen wir es noch nicht stechmücke hier haben wir wieder so eine rote raube die schaffen wir natürlich locker und kriegen 190 gold panzerhandschuhe in blau das ist doch mal was schönes ich glaube wir haben sogar noch identifizierungs rolle oben wie im rucksack drin erstmal hier die wespen machen genau was haben wir denn hier 156 prozentige haltbarkeit und die hat zwar nicht mehr rüstung aber trotzdem sind wir die an weil die natürlich haltbarer ist so haben wir hinten noch um ihn vier da ist noch eins genau dann greifen wir an hier drack bei mir schon genau berg mir spiel wenn man noch einige erst mal den wir machen so spinne kommt eigentlich wollte sagen dass es einfach so einfach ist wieder ein ambulett auch mit diesen blöden ambuletten mal in der mitte legen da rüben haben wir noch ein gegner da war dann eine raube und ein ring den wir gerade zwar nicht identifizieren können aber den tun wir auf jeden fall aufheben kann uns ja nur helfen bringen haben wir mich zum beispiel nur einen an zu viel schweiß ja den ring so vielleicht mit dem schlag so jetzt würde ich mal sagen einmal wegen vergiftung so da mehr wunderschönen drang hier der heißt gegen gibt flasche hebt auf jeden fall erstmal vergiftung auf und 50 trefferpunkte tut er auch uns bringen guter trank bräuchten wir eigentlich mehr bohle nehmen wir natürlich mit kann man alles verkaufen so spinne na komm schaffst du doch na aber hier gut denn namo noch ein getier wieder eine spinne die schaffst du die musst du schaffen schafft die spinne so da komme ich gerade nicht lang warum auch immer hier haben wir auch noch mal ein tier eine raube gut gut so hier hinten haben wir auch wieder zwei gleich drei machen wir erstmal die zwei so erste raube haben wir wieder um so eine schriftrolle hier haben wir wieder eine raube auch gold genau gold kann man immer gebrauchen Portalrolle, gut ich denke mal die werden wir dann wahrscheinlich verkaufen weil wirklich gebraucht haben wir sie im Moment noch nicht ein Lumpen, ja den verkaufen wir natürlich auch gib meinen Lumpen wieder her war glaube ich in Folge 3 oder so da hat der Schmied meinen Lumpen weggenommen so die Spinne verfehlt, 7, verfehlt so haben wir irgendwas was jetzt irgendwie in der nächsten Zeit wieder aufgebessert werden müsste 15, 10 das vielleicht dann eher das nicht unbedingt naja, nö überhaupt nicht die Handschuhe eher dann gut, dann würde ich mal sagen gehen wir auch logisch langsam mal wieder zu unserer Lager zurück und das war alter Friedhof nein, da war noch ein Schild na dunkelheit dunkelheit so, genau da waren wir hin vielleicht treffen wir noch einen Gegner naja, aber so auch nicht ach das können wir lesen ich weiß gar nicht was wir gelesen haben, aber wir haben es gelesen so, rein mit dir zur Garnitionssiedlung da verkaufen wir jetzt noch etwas und ich denke mal nach diesen 2-3 Stunden oder keine Ahnung wie lange ich das schon aufnehme werde ich dann auch erstmal eine Aufnahmepause machen eine kleine so da gehen wir mal rüber jetzt hoch, genau und hier rüber zum Schmiedilein ähm wir hatten doch irgendwas gehabt genau, also denke ich mal dass wir als allererstes erstmal zwei Rollen holen oder Pormo 3 Portalrolle gehen wir natürlich auf so nee, wir sind vorbeigelaufen zu denen hier wollen wir natürlich 1 2 Nummer 1 und Nummer 2 so und als nächstes brauchen wir Klugheit noch ein bisschen was Klugheit 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 und Gewandtheit aber Klugheit auf jeden Fall Möchtet ihr unsere Neuerscheinung begutachten? ähm nein ich wollte mit denen nicht reden Klugheit ähm Kraft Kraftsteigerung Gewandtheit Klugheit 1 2 das war gar falsch so 1 2 1 2 so erforderliche Klugheit 7 Unterhaltung mit Lord Mirok ich möchte nicht mit dir reden so nochmal Klugheit 1 2 1 2 ach jetzt können wir nicht mal Klugheit irgendwie machen ah ne es war hier 1 2 so das war Gewandtheit und das nochmal Klugheit jetzt auf 9 können wir das noch investieren klar ach geht gar nicht mehr ok was haben wir denn jetzt schon alles ach Fertigkeit Rebenhack Rebenhack oder Rebenhagen und fertig greifen mit den Streikkolben das hat man schon Straßenkampf Beherrschung des Bogens hat man auch schon ähm Schock hatten wir noch nicht aber auch keine Ahnung wie man den auch nie benutzt hm hier ist nichts und einmal schnelle Alterung das Ziel wird für ein Todeswolken umhüllt die die Alterung beschleunigt aber ich hab keine Ahnung wie man die jetzt auch nie benutzt das kriege ich auch noch raus so ne wir müssen in andere Richtung ich war gerade ein bisschen falsch wir wollten ja nochmal zum Schmied so Schmiedlein wir möchten dahinter und verkaufen auf jeden Fall erst mal das hier und das hier das hier und das hier Wolf beschwören das behalten wir natürlich erst mal öffnet ein Portal zu sich und das behalten wir auch erst mal so die Frage was behalten wir ähm wir tun mal das hier oben hin und werden wieder das nehmen was einfach am meisten wert ist 750 652 achso ok gut dann hatte ich das auch schon erledigt ähm dann kannst du haben das da so und wir ziehen dafür aber an einmal das hier und einmal das hier bringt uns jetzt ähm 8 Trefferpunkte mehr und auf Attacke auf jeden Fall nochmal 6% gut das ist sehr gut so ähm Waffe Herr Schmied haben sie noch eine schöne Waffe ach ja hier haben wir sogar noch ein bisschen Bogen Waffe ich brauche mir noch Kraft noch mehr hm 2 bis 9 2 bis 8 2 bis 10 oh achso ne ist falsch ähm das haben wir dann hier noch 2 bis 8 2 bis 9 12 hm ist jetzt nicht wirklich so das große hier haben wir uns Rüstung 4 Rüstung 4 Rüstung 3 genau hier haben wir noch einen geilen schönen Gürtel aber bringt aber bringt auch noch Rüstung 2 Rüstung 2 80% Heilbarkeit 20% Heilbarkeit ja also der Rest ist jetzt alles hier noch Müll so aber ich bedanke mich auf jeden Fall also was heißt bedanke mich ich habe mich sehr gefreut mal wieder hier so ein schönes Let's Play aufzunehmen von Dungeon Fest und hiermit verabschiede ich mich erst mal für eine Aufnahmepause und ähm ja nochmal hier schnell nachgucken ich denke mal da können wir erst mal nichts reinhauen und wir sehen uns auf jeden Fall wieder bei den nächsten Aufnahmen und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß bei mir Let's Plays bis dann tschüss so tschüss tschüss